Hallo und herzlich willkommen bei binärerstrategie.de, unserer neuen Handelssession. Ihr seht es, ausgebildet. Also er hat sie ausgebildet und jetzt geht er wieder hoch, das Hütchen, also sollte er wieder hoch gehen. Okay, suchen wir uns mal die Währungen. Ein Telefon bei mir, das werde ich mal kurz abschalten. Also ihr seht es geht fein Hütchentechnik hoch. Das warten wir den noch schnell ab, den goldigen. Und schreiben ihn ein. So. Ablaufzeit ist zu Ende. 880 gewonnen. Das schreiben wir uns gleich ein. So. Jawohl. Jetzt passt auf. Die 500. 500. 880 rausgeholt. Jetzt warten wir nochmal. Schalten wir mal um auf Schweizer Franken, Dollar, Schweizer Franken. Hütchen gebildet. Ich hoffe ich bin noch rechtzeitig reingekommen. Ne. So. So. Kauf mal. Jawohl. Schauen wir mal was er macht. Da gehe ich gleich natürlich nochmal, wenn er mich reinlässt, rein. Weil das Hütchen jetzt ganz unten ist. Und da genauso nach abwärts. So. Schauen wir uns die ganze Geschichte an. Das sind die 4 Trades. Also ihr seht, er hat sich ein Hütchen gebildet. Abwärts rennt. Erstmal Hütchen oben. Und jetzt geht er runter. Und da drauf setzen wir. So. Da auch wieder Hütchen. Wenn er hier ungefähr ist, geht er nach oben dann rein. Also den 1. Also den 1. Also den 2. 880. 500. 880. Den CAC Future auch. 500. Und 880. Jetzt schauen wir uns noch den Dollar, Schweizer Franken an. Genauso gewonnen. Auch 500. Und 880. So. Jetzt warten wir nochmal ab. Beim Gold. Wenn er den nochmal berührt. Jetzt. Dann lässt er mich nicht mehr rein. Okay. Dann schließe ich heute ab die Session. Und rechnen wir noch schnell zusammen. Das waren 4 mal 500 Einsatz. Ist 2000 eingesetzt. Und 4 mal 880. Ja, dann habe ich 1500 Euro in 5 Minuten gemacht. Also, ciao Leute.